Es gab eine schmerzhafte 0 zu 3 Niederlage im Topspiel der Regionalliga gegen NL Cottbus. Wie sehr tut das weh? Keiner verliert gerne im Fußball. Natürlich schmerzt das, aber wir müssen nach vorne schauen. Haben die Cottbusser sich ein bisschen ausgeguckt? Die Taktik der Cottbusser war ja so hinten drin stehen, dann kontern? Ja, die haben einfach unsere individuellen Fehler eiskalt ausgenutzt und die haben die Tore gemacht, wir nicht. Und somit haben die verdient gewonnen. Das ist jetzt schon ein kleiner Rückschlag in der Regionalliga im Titelkampf. Ja, wie sehr wirft das den BAK zurück, so einen 0 zu 3 Niederlage? Gar nicht. Die Saison ist noch lang. Jeder in der Liga wird Punkte lassen. Heute waren wir an der Reihe. Wir schauen nach vorne und gucken einfach, dass wir die Punkte holen bis zum Ende der Saison. Für Sie war es ja das Spiel gegen den Klub, wo Sie früher mal im Nachwuchs tätig waren. Wie sind also die Verbindungen nach Cottbus? Haben Sie die noch? Gar nicht. Nur die Erinnerungen sind noch da und die sind auf jeden Fall schön. War eine sehr schöne Zeit. Schöne Zeit im Verein und ich wünsche dem Verein wirklich alles Gute. Ja Mann. Perfekt.